Hallo Leute, Super Mario Luffy's hier und heute will ich euch das neue geheime Treue des Jägers Set vorstellen. Euch einen Ersteindruck geben, euch erzählen ob es wirklich gut ist, ob es sich lohnt als zu spielen im PvE und PvP und die Gründe dafür natürlich werde ich euch die kompletten Talente dieses Sets genauer vorstellen, wie diese funktioniert, erklären und des Weiteren natürlich seht ihr auch Gameplay, PvE und PvP. Mein Ersten Eindruck vom Treue des Jägers Set vom neuen bekam ich als ich in die Daxung ging und mich ein Kollege direkt von hinten abschoss und ich natürlich gefordert war und wie ihr hier seht 300.000 in den Kopf und schon war der Gegner tot. So, schauen wir mal an was das Set so kann. Der 2er Bonus ist 20% mehr Reichweite, der 3er Bonus 10% mehr Kopfschussschaden Der 4er Bonus, bei dem wird es ein bisschen komplizierter. Jeder Schuss, den ihr trefft mit einer Sniper, wo ihr einen Gegner trefft, der macht 3% mehr Damage, dieser Schuss. Der Schadens Bonus wird erhöht für jede 3.000 Schusswaffen, die ihr habt um 4%, also je 3 Schusswaffen um 4% und der Damage Bonus geht weg, wenn ihr einen Schuss verpasst, also wenn ihr einen Schuss daneben setzt oder wenn ihr nachladet oder nach 10 Sekunden, wenn ihr keinen Treffer mehr erzielt. Der 5er Bonus ist das gleiche wie der 2er und der 3er, 20% mehr Reichweite und 10% mehr Kopfschussschaden. Und der 6er Bonus ist, ihr könnt jetzt 2 Schüsse verpassen, erst beim 2. Schuss wird der Bonus zurückgesetzt vom 4er Set Teil und wenn ihr einen Kopf trefft, wird der Schadensbonus verdoppelt, im Gegensatz, wenn ihr jetzt am Körper trefft. Wie das jetzt genau funktioniert, hört sich kompliziert an, erkläre ich euch jetzt gleich. Ihr seht hier unten jedes Mal die Schadenszahlen, wenn ich den Kopf treffe, dann bekomme ich 22% mehr Schadensbonus dazu und wenn ich den Körper treffe, 11%. Der Bonus hält für 10 Sekunden und wenn ich innerhalb der 10 Sekunden wieder einen Schuss an einen Gegner lande, dann resettet sich praktisch die Dauer und ich habe nochmal 10 Sekunden Zeit und dass ich noch einen Schuss treffe und den Schadensbonus bekomme ich auch nochmal für 10 Sekunden. Dieser Bonus hält so lange, bis ich nachlade, wie vorhin gesagt, oder ich 2 Schüsse daneben setze, wenn ich einen Schuss daneben setze und dann wieder treffe. Ihr seht unten das grüne Zeichen, ich habe 44, bei mir ist jedes Mal, wenn ich am Körper treffe, mache 11% mehr Schaden und jedes Mal, wenn ich einen Kopfschusstreffer mache, 22% mehr Schaden. Ich hatte nicht komplett 9000 Schusswaffen, wenn ihr 9000 Schusswaffen habt, bekommt ihr 30% mehr Schaden. Bei jedem Kopfschusstreffer und bei Körpertreffern 15%. Der Schadensbonus für die Sniper, den könnt ihr bis zu 100% stacken, circa wie bei einem Stürmer-Set und ja. Wie das Ganze dann im Gameplay ausschaut, werde ich euch gleich zeigen, bei ein paar Incursions und bei Legendär-Missionen und auch ein bisschen PvP-Gameplay. Wie stark ist jetzt dieses Set an Spielern? Ich habe das ein bisschen getestet, muss sagen, solo ist es wirklich schwierig, weil euch viel eindeutig die Crit-Chance. Wenn ihr öfters crittert, dann ist das wirklich guter Set, ihr seht hier ohne mein erster Schuss und ich mache 256.000 Schaden. Wenn ich jetzt nochmal treffen würde und da zieht sich kein Medikit, wäre er sofort tot. Jetzt hat er leider ein paar Boni und deswegen der Schaden nicht so hoch, aber beim letzten Schuss wieder 300.000 und der Gegner fällt um. Also im PvP, ihr braucht mindestens einen Scan dabei, denn wie gesagt, die Crit-Chance ist leider zu wenig und ihr braucht zu wenig, auch zu viel Schuss. Und ihr wisst schon, Predator braucht nur vom weiten 10 Schuss euch treffen, ihr habt so wenig Ausdauer mit den Sets, ihr seid sofort tot. Aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, dieses zu spielen, speziell im PvE, in Incursions, Legendär Missionen. Ich kann mir auch vorstellen, im Wellen-Modus ist das Set richtig stark. Ihr seht hier, ich one-shotte hier fast alle Gegner hier weg bei Falcon Lost. Ich sag's gleich, ich bin nicht der beste Sniper, ich hab auch ewig nicht gesnippt, also verzeiht mir beim Gameplay, falls ihr, ich möchte keine Kommentare lesen. Ich bin schlecht, ich weiß es, ich kann nicht snipen, ich muss mal reinkommen. Einfach nur zu Demos-Säcken, aber eins kann ich sagen, das Set haut rein und macht riesig Fun. Ihr habt fast durchgehend, wenn ihr das richtig timet, das ist eine Timing-Sache, die ganze Zeit 100% mehr Schaden mit der Sniper und ich spiele hier mit kompletten Randoms zusammen, mit Matchmaking. Wenn ich hier noch einen guten Taktikerscan dabei hätte, dann würden die NPCs noch schneller umfallen. Ihr seht hier, ohne Crit-Treffer, einfach 2 Millionen in den Kopf, ich habe auch keinen Kopfschuss-Schaden drinnen. Und ich brauche natürlich auch noch eine gute M700, also da geht noch einiges mehr schadenmäßig und trotzdem um wie warme Semmel. Sobald ich mal die verschiedensten Kombinationen durchprobiert habe mit dem neuen Classified-Treude-Säger-Set, dann werde ich natürlich auch ein Bildvideo machen. Ich bin mir leider noch nicht sicher, wie es am besten ist, es zu bauen und ich will euch vielleicht kein Blödsinn erzählen. Deswegen warte ich noch ein bisschen, ein, zwei Tage, bis ich das genug getestet habe und mir sicher bin, welches wirklich die richtige Richtung ist und auch die beste für euch. Jetzt will ich eure Meinung wissen, habt ihr das Treue des Jägers-Set auch schon zusammen? Habt ihr das getestet? Was findet ihr daran? Findet ihr es gut im PvE, PvP? Mögt ihr es? Oder findet ihr Dead Eye einfach besser und findet Hunter ist einfach zu schlecht? Lasst mich das auf jeden Fall wissen in den Kommentaren, würde mich freuen über ein Like und über ein Follow natürlich auch. Natürlich kommt ein sehr viel Inhalt, ist noch geplant in den nächsten paar Tagen, also immer dranbleiben. Ja, ich hoffe ihr habt alles bekommen beim Global Event, das ist nämlich gleich rüber und ja, dann wünsche ich euch noch auf jeden Fall einen schönen Tag. Haut rein, tschau tschau! Ja, wir gehen einfach rein, überall rein Ron summen, bitte ins Ja, wir gehen zurück Das ist wirklich sehr intensiv. Ja, jetzt kommt er auf. Ja, jetzt kommt er auf. Komm zurück zu den Generator! Ich werde die. He is rushing us. Who is rushing us? There they are. There they are. They are on the staircase. He is down. I can't sleep. Next one is down and the last one... You need to place those explosives. Down. Yeah, I'm going to the left side. Yeah, I'm going to the right side. I'll disable the externs. Yeah, you got the explosives. Just wait a second. Still I'm there. The explosives aren't with me. Yeah, just wait. Turn the turret off. Alright, here. So, we're going to turn them on the countdown. We're going to turn them off on the countdown. So... Okay. Alright. I'm going to turn mine off. Yeah, offline. Here, too. No, 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 no. They took on the turret. Then just run the bastard over. Just wait. What are you waiting for? Kiss on the cheek. Yeah, turn it off. Come in, come in, come in. Hey, give me a second. I'm going to turn right off. Turrets are offline. Wait a second. 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 I am not letting those bastards win this time. Alright, it's off. Right side is off. I want climb here, too. Yep. You need to go. Brace yourself. A-Name. You need to place it. A-Name. You need to place it. A-Name. You need to go. It's your turn. It's your turn. Come on. Go. 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 Come on. Get that off of them, girl. What are you doing? Come on, turn it off. Fuck! What was that? Turrets are down, god damn it! Ah, we got this. We need to get out before us. Es ist okay. No problem, no problem. I'm fine, I'm fine, I'm fine. Es ist okay. Nice, we got it. Easy. Nice, nice guys, nice. Good job out there. Just wait, I'm watching what I got. Maybe I got something for you. I just need M700. A good one. We managed to stop any airstrikes on the city. For now, if the LMB regroups, we risk losing everything we've worked so hard to gain. Stability won't come easily. We can't rest just... I don't know. Oh god, crack! There he is! Got the lead cover! Stop it! Give it up! God! Go! You must have hit the ground! Oh god! Go! I got hit. Okay, I got hit. You got hit! We're running! We're going to get hit! I'm running! I'm running! You got hit! You got hit! You got hit! Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag von Funk Crazy, crazy sah ich dazu.